Vor Weihnacht in Dresden. Die Eröffnung des Striezelmarktes begann mit dem traditionellen Einzug des Weihnachtsmannes. Der Weihnachtsmann will mal da hingehen. Geht einmal an, liebe Kinder, das ist ein richtiger großer Weihnachtsstollen. Das ist keine Attrappe, das ist ein richtiger Weihnachtsstollen. Und diesen feinen Weihnachtsstollen wollen wir durch vier Teile. Da bekommen vier Kinderheime je einen Viertel Weihnachtskuchen. Und was denkt ihr denn, wie viel so ein Weihnachtskuchen wiegt? Er wiegt 50 Pfund. Stellt euch mal vor, wie viel da Rosinen drin sind und Mandeln und feiner Zucker und Butter. Liebe Kinder, ich möchte jetzt mal zwei Damen fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020